Nach einem sehr langen Tag sind wir zu diesen Stegen gekommen und sind hier aufgelaufen. Ich war sehr müh, der Velat war sehr müh, ich habe das Trottinett reiht, das war schwer zu sein. Und dann, in dem Moment, in dem wir nicht mehr konnten, haben wir diesen wunderschönen Lift entdeckt aus Glas. Diese Fahrt hat der Velatoll gefunden. Es gab Pflanzen in der Mauer, es gab verschiedene Schichten. Und dank diesem Lift konnte man das alles beobachten und das war eine richtig Vergnügungsfahrt für uns. Wir wussten überhaupt nicht, wo dieser Lift nachher auch anhalten und das war ein richtiges Abenteuer für uns. Wir haben dann auch gestaunt, als der Lift angehalten hat und wir in dieser Hotel Lobby gelandet sind. Und der Speisssaal nebenan war auch voll und es war dann ein ganz neues Erlebnis. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.